Dann gebühren schon wieder für deinen Sub, Alter. Wie viel hat er jetzt? 14 Monate. Party machen, wa? 14 Monate und dann auf Stufe 3 jetzt. Dafür gibt es die coole Brille. Das war's für heute. Ich bin seit heute Morgen in Minecraft. Du bist krank. Oh, ist das warm. Da hilft nur trinken. Wir haben ein bisschen geballert so. Oh, nicht, ey, Yoshi. Ich trinke Weigen. Oh, Teddybien ist... ...Juicy Pier oder Popel. Fehler. Ja, lass mich nicht trinken. Da, oh, aufsteigen. Was war das denn jetzt schon wieder? Was ist denn das, Min? Anti-Tank-Min? Wenn ja, muss er da rauffahren. Ja, Sitz! Ja, jawoll. Was? Raus, Team, raus. Und nachher ne Runde fortleinend mit Skritti, oder was? Mit was? Ja, fahr auf, fahr auf, du Idiot. Und ich bin mit draufgegangen. Brennsatz ist bereit! Ja, komm, fahr weiter. Tschüss, solange bis es Boom macht. Ja. Tschüss. Im Offices. 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 Weiß ich nicht, ich muss ja hier... Offices. Offices. Ist japanisch für Büro. Granate unterwegs! Ja, was war das denn jetzt? Da! Was war das denn jetzt? Was? Was? Oh, jetzt bin ich tot. Aha. Was? Ja, ich auch. Nein, ich halt auch. Oh, bei A1. Was? Was ist? In der Mitte drinne. Man sieht grad nix. Fun, 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 Offices. Oh, arme. Ja, ich bin Platz vier. Was? Ich drückte mal die Verkältetaste. Aber du bist Platz eins. Tja, merkst du was? Raus, Team, raus. Oh, 50 zu 572. Daran siehst du, was ich für Teammates hab. Du seid die 50, oder? Ja. Du bist über den drüber gelaufen. Wo ist der denn? Was? Ich seh den nicht. Du, Leute. Ich seh den nicht. Ach, da. Ich hab' ich was hier. Ach, nee. Dein Rauf. Der ist ein Panzer. Aber? Komm, komm. Die Kills geholt. Jawoll. Oh, da ist doch einer, da ist doch einer. Mega. Killer. Fahr rückwärts. Ja, komm. Uhuhu. Aber ich hab' den Kill nicht bekommen. Mit falschen. Ja. Oh. Wir fliegen einfach mit falschen. Busch. Oh, von wann und von Wieso? Was? Ich bin aber irgendwie so. Komm, schon wieder so ein animanischer Scheiß. Ich bin Level 30, obwohl ich kein Fortnite spiel. Du bist krank. Oh, ein Scheier. Du klaust mir alles. Bitte. Toll, ich hab mir grad'n Lippen. Also, ich kaufe ne Legendary Waffe und du machst dich einfach zum Briefkasten. Ah, ich helfe dir. Warte. Nein, ich hab' unten. Ja, wo kann man? Yoshi, das Bude brennt. Ob Creaky jetzt immer noch queakt? Was? Kann man eigentlich Emotes machen, während man da drauf ist? Scheiße, ja. Was war das denn für ein Geräusch, Thame? Ja. Thame macht das nochmal. Was war das für ein Geräusch? Was? Wie macht das Gewehr? Oh, Alter, nein. Thame, du Idiot. Ja. So, alter, bester Mann. Aber sowas von. Darf ich dir vielleicht eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen? Bloß nicht. Nein. Gestern Abend, oder was? Scheiße. Das ist immer das Dumme, ne? Ich glaube, ich werde doch die Ausdauer erweitern. Wenn man ganz nah hier läuft, ne? Ich nehme die einen gar nicht. Ja, okay. Oh, nein. Wer denn für ein Vogel? So sprichwörtlich. Kommt Viecher ohne Ende. Der Gaul brennt, der Gaul brennt. Pur ist es allerdings ungenießbar. Also essen wir das pur. Wenn ich da nicht hinkomme, weil es hier zu heiß ist, komme ich da hin. Jetzt gerne den Horden hier. Okay, mal logisch, logisch überlegen. Ich habe keine Ahnung. Das sieht ja auch flicky aus, ne? So ein Gurune im Felsen. Was, hey? Übernachtungen. Ja. Wollen wir jetzt nicht. Wow. Also so fängt das schon mal gut an. Ich war besser als Bratwurst. Bratwurst ist auf den Zwölfen. Freundesanfrage. Raus. Warst du das gerade? Ich habe nach hinten geguckt und machen Mist. Oh, nein. Ich habe dich in der besten Freundesliste. Ich habe dich in der Blacklist. Ich bin ein Barbie-Girl. Dann war Yoshi wieder eine Insta-Story draus. Na, 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 Batman. Ja, jetzt kriege ich auch wieder ein. Schon wieder eine Freundschaftsanfrage. Raus. Ich habe mich... Ich habe mich das Bomben verschluckt. Ich habe mich das meint. Sie nickst du. Ich nickst du. Was ist das? Na gut, im Seitenmarkt. Yoshi boy ist doch scheißegal. Ist das gut? Ich glaube nicht, aber... Ja, ich habe nicht. Nein, er hat das Teuerste gefressen. Er frisst, er frisst. Was, warum kriege ich denn jetzt so einen Kotzanfall? Jetzt kommt irgendein Wasservieh, aber dann wechsle ich. Dann habe ich eine Elektro. Die hast du dich, ich hast du dich. Hallo, Daniel. Du bist... Lass es daneben gehen. Lass... Oh, einer weh. Wow, mehr Glück. Eins verstanden. Ja. Ja, jetzt ist er weg. Ja, gegen den Dieben. Ja, ist ja egal. Wenn du meins richtig rein haust. Meins haut er jetzt richtig rein. Ich hab gedacht, du nimmst bestimmt Glurak als erstes. Nein! Nein! Wird's wahrscheinlich nix bringen. Ich hoffe, ich hab einen richtigen jetzt dafür ausgeräumt, für Pikachu. Nee, du bist so dieblich, du nimmst Enton. Das ist auch ein passender Pokémon, Mann. Der Fischstäbchen-Mann ist wieder mit in der Lobby. Da ist er. Ja, verdriftet. Das versaut alles. Hä? Oh, nein. Nein! Die Piranha hat die rote Kapu... Jetzt kommt das fiese, die Bombe. Ich hab noch einge... Nein! Nein! Was, ey, bitte erst mal? Was? Wie ist das da erst so geboren? Ey, wer hat mich jetzt schon wieder von... Ja, okay. Du bist von Haus aus verwehrt. Jetzt ist immer hier so eine komische Idee drauf. Das wäre jetzt doch gar keine Idee online. Also, auf dem Feld. Doch, von uns. Nein, ich hatte keine Ahnung. Online, online, Alter. Die Aime ist heute im Keller. War noch getrunken und so. Ich hatte 69 Kills, ja. 69? 69? Boah, 69 Kills. Scheiße. Es war so dumm mit Räuber und Bullen irgendwie so. Ganz dummes Battlefield. Eine Ahnung, hatte ich nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. Mache Granate scharf! Mache Renate scharf? Die Zone. Ich komme wieder zurück. Nein! Ja, da war ich voll aufkommen. Weil die Tür zugegangen ist. Hör mal die Stellung da. Ich spawne euch bei dir. Nicht. Wir haben den Schick heute gekillt. Erstmal einen Jalipi. Nee. Oh nein! Das ist der Stinkgekäfer. Das ist der Stinkgekäfer. Also Wasser bringt ein. Da muss ich mir irgendwas anderes jetzt. Oh, nie. Wieso kriegt man den Scheiß gut weggespült? Ich glaube mit Wein. Die muss ich jetzt schon trinken, Tim. Das ist erst halt drei. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Das steht da doch fett. Zurückziehen. Eine Fehlfunktion. Ich weiß, dass du eine Fehlfunktion hast. Ich dachte, du bist allwissend. Ja, natürlich. Da fliegt die Granate gegen Darth Maul, ey. Ich gehe wieder als Klon hier rein, oder? Ja, da kann man abwegsen als Darth Maul spielen. Als Klon-Soldat willst du Darth Maul spielen? Ja, genau. Ja, macht Sinn, ne? Ich habe unendlich Bock. Ach Mann, weil jetzt kommt, ich habe nicht gesehen, was da rausgekommen ist aus der Box. Letztens, wo ich mit Dani gespielt habe, habe ich mich auch in der Box aufgemacht. Wie, du spielst mit Dani? Und dann war der Ladebruch schon. Töne das, bevor es Eier legen. Ich glaube nicht, dass du ihnen Eier legen, aber okay. Das sind keine Säugetiere, Tim. Was, Säugetiere legen auch keine Eier. Ja, stimmt. Sollst du liegen? Ja, das hat mir meine Mama weigetragen. Ja, geil. Ich meine auch. Siehst du, den Ersten, den Ersten. Naja, es geht ja um den Team-Sieg, aber wir haben verloren. Es geht ja um den Team-Sieg. Warum hat ihn längeres Ding als ich? Das kann doch nicht wahr sein. Wer die Frau? Ich bin schon wieder geistig verwirrt. Das ist ja Dauerzustand. Wie kommen wir hier raus? Weiß ich nicht. Ich weiß, ich glaube auch irgendwo überall hin. Drei, zwei, eins. Nein, ne? Doch. Oh, doch nicht. Ich habe es überlebt. Nicht. Na, Digga. Why are you gay? Why are you gay? Das war fies. Was macht er denn da? Hey, Macarena. Ich bin ein Jedi, wie mein Vater. Luke sagt gerade, ich bin ein Jedi, wie mein Vater. Ja, das ändert sich aber im Laufe der Episode.